Nein, das ist es nicht. Oh Gott, ich werde sterben. Warum? Ich werde sterben. Ja, ich bin in Lava, ich bin tot. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan 2 mit dem lieben Killocrafter. Hi! Und da die letzte Folge ja so erfolgreich war, werden wir jetzt sofort auf dem Server connecten und zwar in 3, 2, 1! So, ich bin drauf. Ja Freunde, wir haben ja relativ viele Rückschläge erlitten in letzter Zeit und haben ja jetzt auch ein paar Probleme gehabt so mit der letzten Folge, weil wir ja irgendwie entkommen mussten. Jetzt ist es allerdings so, dass wir hoffentlich, hoffentlich nicht mehr gesnipet werden, also ich hoffe das zumindest. Ich weiß nicht, ob irgendwer sich jetzt traut noch auf dem Server zu tryen, weil der denkt so, irgendwie müssen die ja in der Nähe sein. Aber ich denke jetzt aber mal nicht und deswegen bauen wir uns jetzt hoch, holen Holz und gehen dann wieder farmen, weil Leute, man darf noch einige Folgen farmen. Ja. Aber wir müssen halt einfach jetzt dann mal anfangen, weil sonst reicht es uns halt nicht mehr. Wir haben nämlich auch vor, eine Grange zu machen so gegen ein gewisses Team, was uns letztens getötet hat. Hust, 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 just freaks. Hust, hust, hust. Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, also es ist ja schon, es war ja schon relativ frustrierend, muss man sagen, als wir da gestorben sind. Ja, by the way, für die Leute, die sich jetzt fragen, wer hat euch denn in der letzten Folge eingebaut und so weiter, das war das Team Venation. Ähm, wir dachten ja, es ist ein Regelverstoß, aber es ist halt eine Grauzone, denn die haben uns nicht eingebaut aufgrund einer Falle, dass sie uns irgendwie töten möchten oder so. Es wäre fast zu einer Falle geworden und zwar hätte uns dann eben das Team Coilet getötet, dann wäre es ja fast eine Snipe-Falle gewesen. Äh, in dem Fall ist es aber eine Grauzone, das heißt, äh, es gibt keine Strafe oder sonst was und, äh, ich würde das jetzt auch nicht unterstützen, aber, ähm, ja, nur damit ihr jetzt auch Bescheid wisst. Ja, die wurden eingebaut von Veni, war das glaube ich, der die Falle gebaut hat. Hm? Also Veni war es glaube ich, ich weiß nicht, ob Tobi da auch mitgemacht hat, aber auf jeden Fall haben die uns eingebaut. Spaßes halber. Ja, um uns zu snipen, deswegen hieß es dann von der Projektleitung so, ja, es ist keine Snipe-Falle, weil die beiden ja nicht geblieben sind und somit gibt's Strafe. Ähm, im Regelwerk wäre jetzt gestanden, Snipe-Falle gleich Projektausschluss, das wäre natürlich auch nicht eine Lösung gewesen irgendwie, nur weil die jetzt das irgendwie so gemacht haben. Ja, fände ich jetzt auch scheiße im Prinzip, wenn das Team raus wäre, weil... die Aufklärung da ist und, äh, ja, im Prinzip wollten wir das aber noch so sagen. Ähm, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil es halt wenig war. Ich denke, wenn das jetzt irgendwie ein XY-Typ wäre, dann wäre das halt ein bisschen was anderes gewesen, aber ist halt jetzt so. Naja, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, es sind irgendwo noch Äpfel? Ich weiß nicht, ich baue ja ein paar Blätter ab, aber es sind keine Äpfel da. Nein. Oh, wie gut. Ähm, tragisch. Naja, äh, kommst du mir nach, oder? Äh, ja, ja. Hast du mir vor allem mein Essen noch so ein bisschen wieder, weißt du, das Essen, das ich gefarmt habe? Ach so, ja. Und du dann einfach aus dem Ofen geschnappt hast, weil das wäre sehr nett. Vielen Dank. So, gut, wir laufen jetzt aber mal in diese Richtung. So, es leckt bei mir das Server total. Du leckst rum bei mir? Ja, du leckst bei mir rum? Also diesmal ist es nicht meine Internation. Diesmal ist schon wieder meine Internation. Diesmal bist du's, naja. Auf jeden Fall, ähm, praktisch. Kommst du mir nach? Ja, warte, ich baue hier noch schnell die Blüten ab. Es kann ja sein, vielleicht kommt ja noch ein Apfel raus. Ich weiß jetzt nicht, was du noch hast. Hast du noch einen Diamant-Ofen, ne? Das hast du noch. Ja. Hast du noch eine Diamantspitzhacke? Nein, aber ich habe drei Diamanten. Das heißt, wir können uns noch eine Diamantspitzhacke machen. Gut, dann machst du dir eine Diamantspitzhacke dann. Oder komm jetzt einfach mal, komm jetzt mal zu mir. Ja, wo bist du denn? Digga, ich stehe hier. Hinter dir. Da. Hier. Alter, du leckst rum. Komm mit, komm mit. Okay, ich cover. Du kommst mir jetzt einfach nach, okay? Du fährst jetzt da nicht in die Lava, weil wenn doch, dann bist du ein Vollidiot. Wenn du dann noch dirbst, dann bist du der dümmste Vollidiot, ja? Das muss ich dir nur mal so sagen. Leute, Killer beleidigt mich, Killer beleidigt mich. Ausschuss aus dem Projekt. Killer beleidigt mich, Report, Report. Report! Äh, die Schafe, die Schafe, die Schafe, das sollte man mitnehmen. Einfach halt jedes Tier, was du siehst, schlachten, on the way, ne? Nur so, das wäre sehr gute Sache. Genau wie meine Sprache, die ist auch sehr gute Sache. So, stehst du da gerade rum, oder? Jaja, ich bin da gerade rumgestanden. Ähm, hab jetzt mal ein bisschen Schaden bekommen. So, da hinten ist Zuckerrohr, Zuckerrohr brauchen wir ja auch wieder. Oh, ja, ja, ja. Zwei Enchanter haben wir noch, oder? Enchanter hast du noch? Ich habe sogar zwei Enchanter, Alter. Ah, sogar zwei. Ja. Mega, da hinten wäre auch noch Zuckerrohr. Warte, warte, da ist die Border, okay. Da sollten wir nicht hin. Da ist die Border. Alter, warte, was? Ach ja, die ist ja relativ klein mittlerweile. Ja. Das ist so ein bisschen, äh, de Problem. De Problem, de Problem. Ey, schön. Äh, aber ich würde sagen, Killer, wir warten gar nicht jetzt mehr so lange, ne? Ich würde dann... Ja, komm, wir laufen. Ich würde halt gerne noch das eine oder andere Tier mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber da müssen wir halt länger nicht mehr hoch. Wobei ich auch glaube, dass hier White and Bright nicht mehr viele Tiere sind. Ja. Das ist halt, glaub ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, meiner ganzen Geschicht. 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 So, er fängt langsam an, schon österreichisch... Ja, er fängt langsam an österreichisch zu reden, weil er, äh, jetzt, äh, bei seiner Freundin ist in Austria. In Austria. In Austria. In Austria. Oh, hier könnten wir rein. Echt? Wo bist du? Verarsch mich nicht. Oh Gott, Creeper. Ich lass mich jetzt ungern in die Luft, das wär's jetzt, so ein Creepertod, Alter. Tot mich, Creeper. Boom. Okay, nice. Boom. So, aber ich würd' sagen, ja... Die Haschen. Die Haschen. Die Haschen. Ja, super, ich schlag den Haschen, es passiert einfach nix. Ja. Wo ist das Essen jetzt von dem? Die droppen nicht im Essen, das weißt du, oder? Aber Leder, die droppen Leder. Leder. Ne, das ist Kaninchenfeld. Das ist Hasenletter. Das Hasenletter, das bringt uns nichts. Okay. Bringt uns nichts zu tun. Aber hast du denn überhaupt noch Fleisch? Hast du noch Fleisch? Was ist da? Was ist... Hier, hier waren wir mal, ne? Ja, ich glaube, hier waren wir mal, okay. Hier waren wir mal. Hier haben wir da hinten, glaube ich, Zuckerrohre geholt, weil wir nicht alles zerstellen. Ich würd' sagen, wir gehen jetzt hier aber übers Wasser und bauen uns dann hier rein. So, wir sind ja eh in drei Folgen im Voraus. Das heißt, wir müssen erst irgendwie in drei Folgen wieder die Mine wechseln und das müssen wir dann halt machen. Oder wir werden halt mal zum Spawn teleportiert. Das kann halt auch gut und gerne mal sein, wenn wir zu nah an der Wild Border sind. Und warum brennt das da hinten? What the heck? Äh. Warum brennt das? Das weiß ich leider nicht. So. Komm her, du scheiß kleines Kaninchen, du dummes Ob. Das ist ein kleines, das bringt dir nichts. Das ist mir egal, ich möcht' das töten. Wow. Das hatte rote Augen, das sah so böse aus. Oh. Da ist noch ein Schaf. Da sind noch Schafe. Schafe sogar mehrere. Schafe. 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 Geht ja zumindest. lächerlich, weil man sich aber überlegt, ich hätte dort nur EINEN HIT auf den CINOS hätte ich fast gesagt, auf Freaks geben müssen und der war tot gewesen und wir hätten den ganzen Kampf gewonnen und es wäre alles okay gewesen, aber nein, nein, das kann ich natürlich nicht. So, gut. Auf jeden Fall, wir werden jetzt die nächsten Tage nur noch Stripmine, Leute. Nehmen wir uns das jetzt nicht übel und schreibt nicht so, wieso kämpft ihr nicht? Leute, wir haben noch bis Mittwoch Zeit, jetzt hier Full Titan zu werden, weil das ist jetzt ja wieder unser Ziel und die Zeit vergeht mega schnell, Leute, wenn wir Glück haben, können wir das schon nach drei Folgen haben, wenn wir Pech haben, dann schaffen wir es eben nicht. Unser Ziel ist es halt wieder so ein bisschen extra Herzen zu haben, bessere Wüstung, vielleicht ein Titan-Schwert mit Sharpness drauf oder sowas, weil es ist halt einfach relativ wichtig, weil wir halt irgendwie auch gucken, was brauchen zu beiden. Oder würden wir jetzt fighten? Ja, wir können jetzt fighten, klar können wir jetzt fighten, aber was bringt es uns? Weil wir werden sterben, das ist das gleiche, wenn du Achterbahn fährst und nicht gesichert bist. Du kannst auch Achterbahn fahren, aber wenn du rauskriegst, bist du tot. Ja klar, das ist das genau gleiche. Echt, oder so? Ja, doch, das ist das... Wer fährt ungesichert Achterbahn? Ja eben, wer tut das und wer kämpft ohne Rüstung in Titan? Eben, das ist das komplett gleiche Prinzip. Ja, es gibt halt keinen Sinn. Ne, aber ernsthaft, das ist... Ja, es ist komplett gleich, aber es gibt keinen Sinn. Es ist komplett das gleiche System, weil wenn man sich jetzt vorstellt, normalerweise fährt man Achterbahn, wenn man gut abgesichert ist und so weiter und wenn man keine Sicherung hat, dann fährt man auch nicht. Genau das gleiche ist in Titan auch. Oder willst du nackig gegen einen Typen kämpfen, der Full Titan ist und dich mit zwei Schlägen weghaut? Oh, Titan! 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 Was?! Ich hab Titan gefunden! Oh mein Gott! Alter, hab ich nur rumlägt, das ist so geil! Alter! Göttlich! Bitte, yes! Bitte, yes! Guck mal, da unten ist Titan! Oh mein Gott! Warte, das können wir auch noch holen mit der World Border, oder? Ja, ja, das können wir noch holen. Aber warte, 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 warte. Dann geht's nicht noch aus. Ja, ich brauch jetzt eh mal ne Eisenspitze. Ja, es laggt jetzt übrigens gar ein bisschen, deswegen. Ähm, ich brauch Stein. Entweder die World Border lag bei mir, oder? Das ist ein Stein. Ja, ich kann dir Stein geben. Stein, gib mir Stein. Warte mal, Leute. Äh, ich brauch das hier. Okay, nice. Oh, zack, zack, zack. Ups. Ich geh da jetzt mal eben. So, das mach ich übrigens wieder ein Self-Inventory, weil irgendwie hat das mein Svelte. Ups. So. So, Leute, nice. Dann bauen wir uns das jetzt einfach mal ab, würd ich sagen, ne? Nice. Okay, wir haben wieder Eis. Also, ich hab wieder Eisen. Ups. Okay. Das sind zwei. Das heißt, ich kann hier wieder wunderschön durchrushen. Drei, vier. Okay, es sind vier Titan-Oar. Ja, aber das ist so geil. Das ist echt cool. Es ist echt genial. Ja, vor allem, weil ich glaube, dass einfach niemand hier in der Höhle bisher war. Ja, klar nicht. Weil das ist so eine offensichtliche Quelle, wenn dir irgendwie in der Höhle jemand gewesen ist. Diamonds! Äh, ernsthaft? Bitch! Ja! Das ist grad richtig gut, grad richtig gut, Leute. Bei uns läuft schon wieder. Fängt schon wieder an. Doch. Ich wollt' das jetzt grad so abbauen. Wat? Wat nicht abbauen? Ich wollt' das jetzt grad mit Stein abbauen. Was ist daran Fall? Ja, als ob ich so schlecht wäre. Okay, hier ist noch ein bisschen Lapis-Lazuli. Ja, genau. Alter, ich hab vorhin, wo ich die World Border gesehen hab, hab ich mir gedacht, Alter, ist hier viel Titan. Aber es ist ja die World Border, Leute. Ja, ich wette, mit dir hier unten ist irgendwo Titan, aber da kommen wir nicht mehr hin. Ja, ja, nee, ich guck' hier grad noch ein bisschen die Höhle durch. Kannst du nicht hinter die Weltkranze gehen? Ich muss das wissen, ist hier Titan. Zumindest die offensichtlichen Stellen möchte ich mir noch schnell anschauen hier. Ja, ja, also es ist halt einfach, wir haben jetzt ein bisschen das Problem bei Mining, dass wir halt nicht mehr so viel Platz haben. Ja, wir können nicht einfach durch tausend Gänge gehen und halt überall Ors finden. Deswegen müssen wir halt sehr stark Stripmine, was wir jetzt eigentlich in dem Projekt noch nie wirklich gemacht haben. Also wir haben schon gestripmined, aber ich glaube, das meiste haben wir echt immer so aus Höhen bekommen. Ja. Aber ein Titans-Schwert für uns beide ist auf jeden Fall schon mal wieder safe. Ja, ich hab eh schon ein Titans-Schwert. Das hab ich ja von Klangern noch. Es hat zwar nur ein Knockback und ein Breaking drauf, aber einen Titans-Schwert hab ich eigentlich. Ja, gut, dann musst du halt nachher nur noch auf dem Dings verzaubern. So, hier ist übrigens Titan drin. Genau da hinten. Dein Ernst? Nee, aber es wär cool. Alter, du verarschst mich immer, damit ich weiß. Nein, das ist es nicht. Oh Gott, ich werde sterben. Warum? Ich werde sterben. Ja, ich bin in Lava. Ich bin tot. Ich werde sterben. Und werde sterben. Ich werde sterben. wow oh mein gott ist das dein scheiß ernst nein oder Das ist echt nicht wahr. Ich hab nicht mal was zu essen. Ich hab 5 fucking Herzen, Alter. Das ist nicht wahr. Ich bin nicht ernsthaft grad verbrannt. Das ist so schnell. Das hat automatisch gestört. Oh mein Gott, wie behindert ist man? Man kann sich doch nicht einfach runter bauen. Ich hab doch nicht mehr überlegt. Ich dachte grad, du verarscht mich. Oh mein Gott. Killer. GG. GG. Ja, mach ein 101 mit irgendwie Basti oder so. Hol mich zurück ins Projekt. Bitte mach's. Ich muss jetzt erstmal hier ein Dings machen. Alter. Ja, equip dich wieder. Ohne Scheiße. Okay, ich werde jetzt in einer Minute gekickt, Leute. Okay, das war's. Das Projekt anscheinend für Killer. Zumindest hoffen wir natürlich nicht, dass es das komplett war. Ich versuche ihn natürlich reinzuholen. Das ist echt lächerlich. Weißt du, grad noch Titan gefunden. Ja, wir rocken das und so weiter. Und jetzt... Naja. Naja. Fail halt. Ja, also ich glaub sowieso, ich hab das ganze Titan irgendwie ein bisschen durchgefailed. Ich jetzt so. Es ist ein passendes Ende. Kacke. Ich hab nicht mal was zu essen. Das heißt, ich muss jetzt nächste Folge wieder an die Oberfläche und was zu essen fahren, weil ich hab einfach gar nichts. Ja, also... Und ich hab fünf Pferzen. Wenn du mich fragst, hol dir ein bisschen Equip, mach ein 101 gegen Basti zockt und wenn du das gewinnst, dann kann ich ja respawn eigentlich. Ja. Ja, ich kann mir jetzt noch nicht mal ein Titan Schwert machen, Leute, weil mir noch ein Diamant fehlt. Äh... Ja. Gut, Leute. Leider sind deine Sachen verbrannt, die hätte ich gerne gehabt. Ja, es ist halt einfach der dümmste Tod ever. Boah. Ist denn jemand schon im Projekt gestorben von so einer Dummheit? Ich glaub Crafting Pat ist einmal jetzt gestorben. Äh... Einfach so. Leute, ich bin schwachlos, Leute. Ich muss die Folge beenden. Wir quatschen in der nächsten darüber. Schaut unbedingt beim Killer vorbei. Schaut euch den Tod an und schreibt bitte in die Kommentare. Hashtag Fail Bob. Okay. Ich würd sagen, das war's. Haut rein. Schaut unbedingt beim Killer vorbei. Und... Ciao. Ach.